Musik 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 So wie gesagt, ich würde sagen, es geht los, bist du bereit? Wie gesagt, wir haben genau vier Teilnehmer Viele DJs da Die Nummer 1 ist da Und ich würde ganz einfach sagen, wir beginnen ganz langsam Wir sehen den Countdown von 50 bis 100 Runde In diesem Sinne 5, 4, 3, 2, 1 Let's go! Musik Ich bin der Thomas Leitke, komme aus der Steiermark Und vom heutigen Abend erwarte ich mich eigentlich nicht so viel, weil es ist eigentlich nicht meine Musikrichtung Ich bin eher der Hardstyle-DJ Musik Aber ich probiere es heute mal mit Haus und Elektromusik und da versuche ich, ob die Leute mitgehen Musik 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 Wir wollen nur einen großen Freunden haben, um unsere Musik zu introduzieren. Pul auf Nummer 2 Kiepswich! Mein Name ist Matthias und ich komme aus dem schönen Verradlberg. Mein DJ-Name ist DJ Motion und ich lege ihn in der Factory auf. Das ist eine kleine Diskothek für das Landverradlberg. Eine absolut geile Party und dass wir alle Spaß haben. Und jetzt in 50 Sekunden. 3, 2, 1, 0. Das war Nummer 3 DJ Motion. Das Ganze ist Start Nummer 4 DJ Moana. Let's go! We want to start this party. 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 Ich bin der Franz Winkelhofer, DJ Moreno aus Horn im Waldviertel, also in Niederösterreich. Spielzeit 99 fix als DJ. Unser Location in der Spielsgruppe in Horn hat sich heuer entschlossen mitzumachen. Ursprünglich hatte ich keine Ambition. Aber dann habe ich diese Fahrerrunde im letzten Jahr doch gewonnen. Und jetzt habe ich natürlich auch ein bisschen der Ehrgeiz gepackt. Das ist eine gute Idee. Schönes Konzept, gefällt. So wie gesagt, wir haben genau 4 Teilnehmer gehabt. Wer jetzt irgendwie ein Sanfinale oder sowas da ist oder sowas sogar nach Rom fliegt, das erfahrt ihr bei uns. Das waren nochmal die vier Finalisten. Nummer 1 DJ Tom Z. Nummer 2 DJ Rino Rio. Nummer 3 DJ Motion. Und Start Nummer 4 DJ Moreno. Also Leute, großen Applaus für die viele Jungs hier auf der Bühne. Jawohl, jawohl, jawohl. Wir wollen ja schon richtig feiern hier. Mit genau 2 Punkten Vorsprung hat er gewonnen. Der ultimative Nummer 1 für heute Abend ist er DJ... Ich habe es vergessen. Nein, DJ Rino Rio. Und zwei Punkte danach, das dürfen wir auch noch sagen, das war er DJ Moreno. Und das waren wirklich nur 2 kleine Punkte. So wie gesagt, die Nummer 1 für Tricks Lesterwein. Die Marge Café in Rom. Das Ganze am 29. November. Also wie gesagt, die Nummer 1 DJ Vino Rio. Genau, nochmal großen Applaus. Das war er der ultimative DJ Contest Corona. Die Marge Café in Rom. Hallo, willkommen zu der Corona-Movide Tour hier in Vienna an die A Dance Club. I got to have you now You're my emotions Don't leave it hanging around Baby please Why don't you understand I don't want to be your friend You are my sweet relief I got to have you now You're my emotions My name is Sandy from Banassi Bros I think you know that already And I'm from England but live in Italy Why don't you just be careful Yeah, yeah, yeah Baby, baby Why don't you just be careful Yeah, yeah, yeah Give me a sign and know you're reading Just let it out and get it on You got to be Every time that you're by my side We're breaking over I'll get you there Can't you tell me that's my line Look at my tears Show me if I